So, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Patrick Ruppert, beziehungsweise Chip und Philo, wir analysieren mal wieder einen Datingprozess, wenn du aufsichtige E-Mails beantwortet haben willst, nutze ein Formular auf lebeschip.de, kannst eine sichere Antwort buchen oder du landest auf meinem Stapel ohne Garantie und hier haben wir einen ganz interessanten Prozess, weil das so richtig vibet, monatelang und dann plötzlich vorbei ist und gucken wir uns das mal an. Meine Zuschauer, lieber Christian, ich war vorgestanden, seit einigen Jahren keinen Kanal und ich habe auch schon einige deiner Kurse gemacht. Ich habe in den letzten drei Jahren, war ich Single, habe Therapie gemacht, habe mir ein gutes Leben aufgebaut, Hund, coole Wohnung, lieben Freund, ich bin Ende 20, im letzten Jahr fing ich wieder an zu daten, war locker und konnte meine Standards halten, fand aber keinen interessant genug, um ihn leer kennenzulernen. Bis dann Johnny kam, ich lernte ihn online kennen, ja, ich weiß, beim ersten Date war ich eher gleichgültig und nicht wahnsinnig interessiert, dies veränderte sich aber dadurch, dass er sehr um mich warb und es kam sehr schnell zu sehr intensiven Bettsport und da war es um mich geschehen. Ich fand ihn wahnsinnig hot und alles fühlte sich so richtig an, von daher suchte er stark meine Nähe und wenn ich mal Zeit für mich haben wollte, kam Schmollen seiner Satze. Das finde ich ja persönlich nicht so sexy, also kein Mann in seiner Polarität macht sowas, er wollte mich immer bei sich haben, so reichte er mir auch nach circa einem Monat seinen Wohnungsschlüssel. Von da an war ich sehr viel bei ihm und wir haben uns paradoxerweise eigentlich das Bett nicht mehr verlassen. Schnell ging es auch in härteren Bettsport über, was ich zu dem Zeitpunkt auch ganz toll fand. Meine Fähigkeiten wurden sehr idealisiert, was mich natürlich auch sehr schmeichelte. Nach zwei Monaten unterbrochen Kontakt richtet sich in mir die Frage nach Commitment. Das kann ich, ist vielleicht heute, ich könnte mich gerne korrigieren, vielleicht ist das heute normal. Ich würde das nicht machen, ich würde mich nicht so, also wenn dir Commitment wichtig ist, würde ich mich nicht so auf Menschen einlassen ohne Commitment. Finde ich fahrlässig, weil es entstehen Emotionen durch so viel Bettsport und das muss meiner Ansicht nach viel früher besprochen werden. Gut, wie gesagt, es ist nicht, dass zwei Monate per se immer zu lang sind, um das zu besprechen, würde ich gar nicht sagen, aber nach so einem intensiven Prozess, das würde ich nicht machen. Aber okay, er antwortete passiv und ausweichend. Tja, hast du da eine Antwort? Ich ließ es so stehen, weil ich dachte, Taten zählen mehr als Wort. Nee. Und wenn jemand sagt, er will sich nicht committen, dann werden andere hinter deinem Rücken gepimpert. Das ist einfach so. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber das ist die fucking Realität. Egal wie toll euer Bettsport ist, kann immer noch einen nebenherlaufen haben, das wissen wir ja alle. Also da, das ist ein bisschen fahrlässig, was du da machst. Und so ist Taten zählen mehr als Wort auf jeden Fall nicht gedacht. Und dass er sich mich immer bei sich haben wollte, für mich sorgte, wäre ja aussagekräftig. Nee. So, wenn ein Mann sich nicht committet, dann ist er nicht committet. Fertig. So, dann kam noch das Gras dazu. Also man sieht jetzt, dass eure Beziehung sich so ein bisschen drogenartig entwickelt. Ähm, das kommt auch noch Drogen dazu. Ähm, vielleicht befindest du dich schon längst im Dreieck irgendwie. Vielleicht kannst du so auf ihn zugehen, weil er zwar sehr präsent wirkt, aber emotional doch so ein bisschen detached ist. Vielleicht kannst du deswegen so Vollgas geben. Naja. Also das würde ich nicht machen. Sowas würde ich nicht durchgehen lassen, ne? Standard so ein Deerraker, hoffentlich auch Modul 1 gemacht, äh, das sollte ein Deerraker sein, wenn sich jemand nicht committet und du das eigentlich willst, so, ne? Würde ich, da muss dir wirklich knallhart sein. Ich weiß, das ist ein Prozess und, äh, man macht dann wieder die, also man macht vielleicht die Kurse, man hat es ein bisschen verstanden, dann machen wir wieder Dating-Erfahrung und, ähm, dann ist das immer so ein Vor und Zurück, ne? Dann merkt man wieder, oh, fuck, ich war wieder zu weich, wieder zu, ähm, wieder, weil ich so eine Bindung hatte, zu viel akzeptiert, bis man das so richtig internalisiert hat, dass egal, wie hot du jemanden findest, oh, was, will sie nicht committen, du bist raus, ne? Du bist raus, fertig, ähm, dann, äh, ja, oder, oder zu sagen, ja, wir sind jetzt, okay, du willst sie nicht committen, dann committe ich mich auch nicht, wir sind Freundschaft Plus und dich den auch so behandeln wie Freundschaft Plus, kann man auch machen, ne? Ähm, ein Punkt, den ich beim ersten Date immer abfrage, da ich früher selber konsumiert habe und das eigentlich nicht mehr machen wollte. So, es heißt, nächster Dealbreaker, er hätte ich angelogen. Warum ist der Typ nicht raus? Er hätte ich fucking angelogen, ne? In der wichtigen Sache, Leute, das könnt ihr, das ist nicht irgendwie, ich habe verheimlicht, dass ich lieber 3% Milch trinke als anderthalb Prozent Milch, äh, oder dass ich lieber Sojamilch trinke als Hafermilch, ne? Er hätte ich knallhart angelogen, ist einfach so. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hier. Nun wollt ihr aber mit mir gemeinsam rauchen, ja, ihr wollt auf gar keinen Fall, wenn ihr euch rausentwickelt aus Dopamingetränken, toxischen Beziehungen, dann wollt ihr auf gar keinen Fall in einer Beziehung landen, wo jemand wieder, und ihr mühsam, war es wirklich sehr hartnäckig, hatte Klienten, die hatten da wirklich Jahrzehnte mit zu tun, sprichwörtlich, äh, ja, nicht ganz vielleicht, aber, ähm, das ist, also es ist keine Petitesse, wenn man Gras konsumiert. Ich meine, ich weiß, das wird immer alles so abgetan, aber es ist, ähm, eine Droge und er möchte, ja, und wie alle Leute die Drogen nehmen, wollen sie, dass, ähm, anderen auch die Drogen nehmen, weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, also Aline trinkt überhaupt keinen Alkohol, ich trinke gerne mal, ja, ich trinke wenig, aber ich finde es mal ganz lustig, aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, ey, das finde ich schon auch super übergriffig, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dann Aline irgendwie zu sagen, du musst jetzt auch was trinken, oder trink du was, das ist auch toll, wenn jemand keine Drogen konsumiert, ne, ähm, inkonsequent, wie ich war, habe ich zugestimmt, ja, du lässt hier alle, ist jetzt nicht schlimm, wie gesagt, das ist alles ein Prozess, aber sieh einfach, wie du, alles im Leben geht um Grenzen, ne, kann ich nicht immer wieder sagen, ne, Grenzen, 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 alles dreht sich um Grenzen, auf Nachfrage kam raus, dass er auch als Erwachsener phasenweise konsumiert, er war, es waren vier Wochen absolute Honeymoon, wir waren breit, geil und es gab keine Sorgen, ja, es macht bestimmt Spaß, also vielleicht ist auch mal ganz gut im Leben mal sowas zu haben, ne, vielleicht kann man da auch in der Rückschraube drauf gucken und sagen, es war lustig, aber nochmal, wenn wir lernen wollen, ähm, vernünftig zu daten, nicht mehr so was Toxisches reinzukommen, auch nicht Toxy Light oder so, müssen wir lernen, diese ganzen Sachen umzusetzen, also auch nicht nur einmal reinzugucken, sondern diese Regel noch umzusetzen, ne, fast allen meinen Mails, äh, die ich vorlese, ist mangelnde Grenzen Thema, so, ne, manchmal gibt's auch zu viele Grenzen, klar, aber, äh, und trotzdem, ja, finde ich völlig okay, wie du das hier schilderst, war lustig, ne, und ich kann's auch nachvollziehen, man ist sowieso schon so unter Dopamin und dann, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, geht man da noch einen Schritt weiter und nur, das ist nicht, das ist natürlich nicht nachhaltig, ne, also, ja, es gab keine Sorgen, ich fühlte mich ihm so nah und begann meine Mauern fallen zu lassen und dem wirklich zu vertrauen, er stellte mich seinen Freunden und seinem, äh, Vater vor und ich war mir sehr sicher, dass alles gut ist, also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das hier wirklich so das ist, was wir klassischerweise mit toxischen Beziehungen, also, ich meine, trotzdem, also, was mir hier überhaupt nicht gefällt, was, doch, naja, ich weiß es nicht, mal gucken, wie es weitergeht, aber, was ich jetzt überhaupt, das, dass ich nicht committe, das gefällt mir überhaupt nicht, ne, und es gibt heutzutage Menschen, die stellen dich ihrer Familie vor und sind trotzdem nicht committet, ne, ich bin mir sicher, dass alles gut ist, nach circa vier Monaten sagte ich ihm, dass ich ihn liebe, worauf denen die Antwort folgte, dass er länger braucht, das zu sagen, ja, was sagt uns das, ja, also, entweder er liebt dich nicht, was scheiße ist, richtig scheiße ist, oder, äh, er ist so bindungsängstig, dass er das nicht sagen kann, wo man dann schon, was, wenn das so ist, dann ist es so, kann er jetzt auch nichts dafür, aber dann weiß man schon, oh, das könnte sich in so eine krasse Plus-Pro-Minus-Pol-Beziehung entwickeln, Liebesucht, ähm, wollen wir eigentlich nicht, ne, ähm, ich dachte mir nichts dabei, weil ja alles so wunderbar ist, ja, das ist immer wieder der Fehler leider, wenn Leute mir dann, äh, von ihren Beziehungserfahrungen schreiben, ähm, dass man eine Red Flag nach der nächsten ignoriert und, ja, nach der Kiff-Phase wurde nichts mehr wie vorher, weil wir hatten beide Ärger auf der Arbeit, ich suchte mir einen neuen Job, will supporten uns gegenseitig in diesen Wochen, dachte ich, ich ging zum Sport, suchte mir einen neuen Job und dachte, das Schlimmste wäre geschafft, dann trat er den Rückzug an, erst körperlich, dann emotional, wenn ich nachfragte, war es der Stress auf der Arbeit, als die Stressphase auf der Arbeit durch war, äh, waren wir zu dem Zeitpunkt fünf Monate zusammen, ich weiß noch mal gerne wieder hin, auf die berühmte 200-Tage-Grenze, das epische Video, was ich dazu gemacht habe, auf die wir jetzt zulaufen, ne, bei der Beziehungen, die ein krasses Bindungsthema haben, häufig scheitern, ähm, also 200 Tage, ne, sieben Monate, mich mir weiter aus, wollte aber dennoch, dass ich zu ihm komme, ich sprach noch mal an, mir ist aufgefallen, dass wir weniger Körperlichkeiten haben, uns nicht mehr küssen, gut, dass du es ansprichst, das ist natürlich auch fucking D-Wracker, ne, erwiderte das, was wäre ihm auch aufgefallen, ich bat ihn, darum zu überlegen, woran das lege und wie es weitergehen sollte, dass ich ihn liebe, aber dass das so keine Beziehung führen möchte, ja, jetzt kommst du ja wieder auf Spur, alles gut, und ich nicht mehr um ihn kämpfen möchte, darauf melde er sich drei Tage nicht, ich meine, ich weiß, ich wünsche euch allen, dass ihr viel früher eingreift, man, das geht jetzt wieder seinen Weg, aber ich, wirklich, man ist, wir können nicht immer alles sofort abfangen, so, ne, und hat ja auch vieles funktioniert, äh, also vielleicht, mir ist es ein bisschen viel, ein bisschen stark Dopamin getränkt hier, das Ganze, so, sag ich ganz ehrlich, aber ansonsten, ja, hat ja das eine oder andere auch funktioniert, aber du bist jetzt schon über diverse, wirklich krasse rote Flaggen hinweggegangen, und das rächt sich halt irgendwann, ne, es sei mir schon häufig passiert, dass er nach der ersten Verliebtheitsphase keine tieferen Gefühle entwickeln konnte, ja, die berühmte 200-Tage-Grenze, das ist vielleicht sehr deutlich bindungsängstlicher als du, äh, oder mehr im aktiven Modus, und da kannst du nichts machen, da, äh, weiter an deinen Anziehungspunkten arbeiten, wie gesagt, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, äh, dass du weiter aus dem Plus rauskommst, dass du nicht mehr so Minus anziehst, viel strenger sein, sag ich wieder in dieses Video, viel strenger sein, Leute, das wird euch so viel weiterbringen, wenn ihr streng seid, wirklich, äh, lasst euch, gibt den Menschen nicht so viel Chancen, ne, ähm, nachdem ich ihn noch zwei Tage nach der Trennung schrieb, dass ich ihn zurück wolle, droht er mich zu ghosten, wenn ich weiterschreiben würde, guck mal, wie schnell das hier kippt, krass, aber trotzdem ist es irgendwie, äh, Fortschritt, weil ich vermute mal, dass du sonst wahrscheinlich länger gebraucht hast, jetzt sind es so 5-6 Monate und beim nächsten, deswegen ist es auch gut, wenn ihr weiterdetdet, wenn beim nächsten von diesen Typen, das geht manchmal rasend schnell, dauert es nur noch zwei Monate und dann dauert es nur noch vier Wochen und dann, und dann bist du irgendwann durch, ne, dann machst du es auch nicht mehr, ne, ist natürlich auch, ich kann dich da jetzt nicht ganz rausnehmen, ist natürlich auch, dass du, äh, was ich verstehen kann, vielleicht will das jetzt auch wirklich überhaupt nicht verurteilen, aber, dass du auch sehr dieses Rauschhafte suchst und das ist halt, hoffe ich, nicht nachhaltig, so, ne, ich hab die Welt nicht gemacht, ich kann es nicht einer sagen, ähm, und das ist natürlich schon, ist echt sehr kalt, was er jetzt hier macht, ne, am dritten Tag fuhr ich dann zu ihr hin, warum, warum, ich meine, ich weiß warum, aber trotzdem, es bringt nichts, macht das nicht, bekam unterwegs einen langen Text, dass seine Gefühle nicht reichen, dass es ihm leid hätte, bei ihm angekommen, packte ich meine Sachen und wir redeten nochmal, er sagte, ah gut, ich meine, klar, es muss ja auch seine Sachen, okay, alles gut, er sagt, er würde sich nicht mehr wohlfühlen, ich sagte, dass ich enttäuscht bin, dass er das nicht von selbst angesprochen hat und es einfach weiterlaufen ließ, ja, machen viele Menschen, kann man, ja, das, ich finde das alles keine Vollkatastrophe, das passiert halt, ne, jetzt musst du halt weiter, weiter an dir arbeiten da, ne, und strenger sein, er sagt darauf hin, dass es nicht so einfach sei, wenn er sich gewünscht hätte, dass es anders gelaufen wäre, es sei ihm schon häufig passiert, dass er nach der ersten Verliebtheitsphase kannteere Gefühle entwickeln könnte, dass er mich sehr mag und mir etwas besser auswünscht. Ja, was soll er denn jetzt sagen? Es ist so, wie es ist, also scheinbar ist es noch nicht mal ein Dreieck, also unangenehm passiert, es dauert halt, bis man wirklich eine gute Beziehung findet und du bist nicht drin geblieben, hast es nach fünf, sechs Monaten, das ist, das ist, du musst Leute daten, um das alles zu verstehen, ne, ich würde dir raten, strenger zu sein, lass dich nicht verführen da, wenn du keine Drogen nehmen willst, ähm, das ist ein bisschen noch ein bisschen zu viel in diesem ganzen Dopaminsumpf, ähm, aber ja, trotzdem, es ist, dachte, es wird alles noch viel schlimmer, es ist nicht wirklich viel passiert, es ist zwar schmerzhaft, aber, ja, eigentlich eine normale Trennung, ja, irgendwie schon, ne, es letztlich gehen, glaube ich, also wenn Beziehungen mal starten, dann sagt man so, es gibt's die meisten Trennungen nach vier Jahren, aber de facto scheitern die meisten Beziehungen in dieser 200-Tage-Range. Davon lösche ich deine Nummer, auf null Kontakt zu gehen, ich kann nur schwer loslassen, ja, weil du auch wieder so richtig, äh, Dopamin, Dopamin, das muss, sorry, da musst du jetzt erst mal auf den Zug wieder gehen, ne, aber was willst du da machen, er liebt dich nicht, ne, frage mich, was ich falsch gemacht habe, ja, also, falsch, was definitiv wieder, äh, wieder weiß ich nicht, kenne ich ja nicht, aber du hast viel zu viel durchgehen lassen, und es gibt vielleicht so ein bisschen, dass du selber noch diesen, dieses Rauschhafte so suchst, ähm, was häufig dazu führt, dass man solche Art von Beziehungen führt, sag ich jetzt mal so, ne, sonst hast du vielleicht gar nichts falsch gemacht, ne, äh, ob ich meine Probleme im Job für mich hätte behalten sollen, ob ich das Schwache oder Unzäckiges gemacht habe oder dass ich auch mal Depri war und weinte, ey, wofür hat man denn eine Beziehung, wenn man das nicht alles machen kann, ey, also wirklich, ob ich zu früh auf Commitment gepocht habe, nee, ich sag's dir, du bist, du musst wirklich viel härter werden, noch selbstbewusster, mach vielleicht mal einen Selbstbehauptungskurs noch, lass dich nicht von so Typen, die Drogen nehmen, nicht wissen, was sie wollen und, äh, lass dich da nicht verunsichern, wirklich, kenne da einen Wert, ey, echt. Äh, ob ich zu früh auf, ne, ich fühle mich einfach dumpf und leer, ja, ist doch immer scheiße, wenn sowas auseinander geht und gerade, wenn es so Dopamin getränkt war, ne, äh, ich verstehe das nicht, vielleicht kannst du mir helfen, liebe Grüße und alles Gute und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben, ciao, ciao. Oh, Gott, jetzt muss ich das erstmal hier noch, oh, irgendwie funktioniert meine Maus nicht mehr so richtig, so, ciao. Radio 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 Amen.